Mich fasziniert, analog und digital so zu kombinieren, dass es einen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden gibt. Den Menschen einzusetzen, dass er den Unterschied ausmachen kann, das ist das, was unsere Herausforderung ist. Ich bin Martina Unger. Ich arbeite seit Mai 2020 bei Schindler und ich bin verantwortlich für das Customer Contact Center von Schindler Schweiz. Das Customer Contact Center ist das Herzstück von Schindler. Das Herzstück deshalb, weil wir eine Alarmzentrale haben, die 24,7 Uhr, 365 Tage, für unsere Kundinnen und Kunden hier ist. Zentrale von Ebiken aus, in allen unseren Landensprachen, Russ und Englisch. Natürlich sind wir auch für unsere Kundinnen und Kunden hier, wenn der Lift eine Störung hat oder wir unterstützen unsere Geschäftsstellen aktiv beim Verkauf und wir machen Kundenzufriedenheitsumfragen. Ich glaube, unsere absolute Stärke liegt in der Sprachkompetenz. Sie reden mindestens zwei Sprachen auf Muttersprachlevel, plus sogar noch Englisch. In einem Fall, wo der Mensch im Lift eingeschlossen ist, braucht er unsere Hilfe. Dann sehen wir sofort, wo sich der Lift befindet. Wir sehen die Adresse und Orte und können dementsprechend sehr schnell handeln. Dann empathisch zu sein und die richtige Sprache anzuwenden, die Person zu begleiten, bis der Techniker vor Ort ist. Ich glaube, das ist ebenfalls eine absolute Stärke von uns und ziemlich einmalig. Die Digitalisierung im Kundenservice ist bereits weit vorgeschritten. Unsere Aufgabe ist es, genau das im Zentrum zu behalten, das eben genau den Unterschied ausmacht. Nämlich den Menschen im Zentrum für unsere Kundinnen und Kunden weiterhin persönlich, schnell und einfühlsam da zu sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.